Russland soll sich offenbar für eine ukrainische Offensive auf die Stadt Krimina bereit machen. Wie der ukrainische Generalstab berichtet, soll es in der ukrainischen Stadt Krimina zu einem Schusswechsel gekommen sein. Krimina liegt in der überwiegend russisch kontrollierten Oblast Luhansk. Würde es der Ukraine gelingen, die Stadt zu erobern, hätten sie gute Chancen auf weitere Rückeroberungen des Gebiets, so das britische Verteidigungsministerium. Das liege vor allem an den Gleis- und Straßenverbindungen der Stadt. Das britische Verteidigungsministerium bestätigt zudem Kämpfe nahe der Stadt. Russlands Reaktion sei offenbar die Verlegung der Streitkräfte der 76. Garde Luftsturm-Division in die Stadt Krimina, um eine ukrainische Offensive abzuwehren. Das zeige die offensichtliche Verwundbarkeit der bisher in Krimina stationierten russischen Truppen. Das zeige die offensichtliche Verwundbarkeit der Stadtkrimina. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017